Schenke de Schatten! Schönen guten Morgen! Kommt kaum dran an die Körper rein. 11.58, da könnte man auch schon fast Mahlzeit sagen. Geht mal los! Irgendwie! Wir machen jetzt was ganz Tolls, wir haben jetzt eine Karte drauf. Wir haben jetzt einen Kaffee umgefahren. Das klingt halt echt ein Kaffee. Das klingt schon mal ganz gut auf hier. Das klingt schon mal ganz gut auf hier. Ja. Ich will mindestens einen schaffen. Ja. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Der war rauber Das war der dritte Das war der dritte Was ist das denn? 해완 Das war der dritte Schrauben Der dritte Und diesen Der dritte Im Schrauben Das war der dritte Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020